Ich habe jetzt jeden einzelnen Grabstein abgesucht und immer noch kein Smitty, Schickel, Dickel, Blixer. Denk nach, Krabs. Vielleicht hat Spongebob was gesagt, dass dir einen Hinweis gibt. Das Ablecken von Türknöpfen ist auf anderen Planeten illegal. Nein, nicht das. Sie erraten nie, was letzte Nacht in meiner Socke war. Na los, raten Sie. Nein, 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 nein. Es war seine Mütze, Mr. Krabs. Er war die Nummer eins. Ja, Albengrüß.